Willkommen zurück zu Kontrast, Folge 7. Und wir müssen mal noch hier diese Schatten überwinden. Ah je, da komm ich doch gar nicht lang, oder? Doch, jetzt. Wunderbar. Jetzt sind wir hier oben, müssen hier rüber über den Balkon. Hier in die Schatten wieder rein. Darauf hoffen, dass der Stern uns nicht erwischt, den wir aber glaube ich überspringen können. Na, Mist. Das war ein Fehler. Aber das Spiel gibt uns schöne Speicherpunkte oder schöne Spots, wo wir nochmal sind. Okay, warten wir darauf, dass der Stern verschwindet. Dann können wir da rüber springen. Uah, uah, uah. Sehr schön. Wunderbar. Macht den Ballon los. Gleich. Ich gucke mich hier ein wenig um. Denn hier haben wir wieder ein Sammelobjekt. Die Zyklopenflasche habe ich eine Trophäe erhalten. Okay, es ist doch kein Sammelobjekt. Es ist auf jeden Fall eine Trophäe. Und hier ist der Orb übrigens. Die Leuchtkugel, die wir gesehen haben von unten. 8 von 15. Sehr schön. Je mehr wir haben, desto besser ist es. Und wir werden jetzt mal den Ballon lösen. Das ist hier. Machen wir das mal. Sehr schön. Das war großartig. Wunderbar. Sehr schön. So. Jawohl. Repariere die zwei übrigen Attraktionen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dann schauen wir doch mal, zu welcher Attraktion wir als nächstes gehen. Wir haben noch das Schiff. Und wir haben, glaube ich... Was haben wir denn noch? Was war denn hier noch gewesen? Ach ja, da hinten. Diesen, diesen Zauberwald oder was das ist. Da gehen wir jetzt mal hin. Und schauen mal. Wow. Toll. Tja, so sahen Ja-merkte früher aus. Hey, hat jemand gesehen die Prinzessspuppete? Wir können nicht wirklich die Geschichte ohne sie beginnen. Das klingt wie Vater. Ah, sie war genau hier. Übernimm die Rolle der Prinzessin. So, dann schauen wir mal. Machen wir das doch. So, in den Schatten wechseln. Ah, da ist sie. Mal nach einem Zeitpunkt war eine Prinzessin, die in einem Kastel mit ihrem Vater lebte. Der König. Der König liebte sie sehr viel, weil die Eltern ihre Däute lieben. Anfaltend hatte das König auch einen Ogre, der umgekehrte zu essen, weil Ogre das tun. So, der König machte was die König machen, und hat gesagt, dass jeder, der die König schlägt die Ogre, würde sie heiraten, um seine einzige Däute, die Prinzessin, und werden König, wenn er stirbt. Die König waren sehr weit weg, und die Ogre war sehr großartig. So, nur eine Nacht kam. Sein Name war Fred. Und er fiel sofort in Liebe mit der Prinzessin. Fred. Fred war ein braver Nacht, und er fuhr auf den nächsten Morgen, singt ein braves Song, so laut wie er konnte. Fred. Der Ritter. Oh, wir können laufen, okay. Die Prinzessin, Okay, die Geschichte geht so lange nicht weit, so lange ich nicht hier raufkomme, aber jetzt. Sehr schön gemacht, finde ich übrigens. Das Ganze jetzt hier. Oh, wow. Okay, ich sehe, worauf das hinausläuft. Sie kam zu einem großen Rennen, voll mit knackende Krokodilen. Sie konnte nicht sogar schwimmen. Oh, okay. Unfortunately, sie schlug in das Wasser. Warte, das ist nicht, was passiert. Sie kam zu einem großen Rennen, voll mit knackende Krokodilen. Sie konnte nicht sogar schwimmen. So, was denkst du, sie hat getan? Ja, sie stirbt. So, also nochmal von vorne. Okay. Okay, das ist eine... Äh... Okay. Das ist falsch. Hä? Wie sollen wir denn... Wie sollen wir denn da raufkommen? Ah, okay. Alles klar. Ich glaube, ich verstehe schon. Ah, falsch. Ich muss erst den unteren und dann den oberen. Also erst ihn hier, dann ihn hier. Und den oberen brauchen wir, glaube ich, gar nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, nein. Mist. Das war falsch. Erst den unteren, dann den oberen. Das war, dass sie sich... Oh, ich muss mich... Oh. 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 Uah. Das war ein Fehler. Okay, da müssen wir mal schauen, wie wir den Oger besiegen. Uah. Das war, uah, uah. Wie kommen wir denn da rauf? Hallo? Oh, das war Mist. Okay, wir müssen auf jeden Fall zum Drehen bringen, den Oger. Oh. Das ist gar nicht so einfach, das sieht einfach aus, als es ist. Ja. Wir müssen auf jeden Fall ihn dazu bringen, dass er hier auf den Holzklotz haut. Uah. Okay. Er haut auf jeden Fall ein-, zweimal zu und dann lässt er erst die Spitze da drinnen. So, haut nochmal hier drauf, Kumpel. Er haut aber nicht so drauf, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Weil letztes Mal hat er eigentlich... Sehr merkwürdig gerade. Er haut nicht so drauf, wie ich es möchte. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Sehr schön. Nein. Der Kopf hat uns erledigt. Was soll denn? Hupala. Der Kopf hat uns erledigt. Wir sind aber eine nette Prinzessin. Muss ich ja mal sagen. So. Jetzt aber. Nein, nicht schon wieder. Ach, Mann. Ich muss einfach am Baum stehen bleiben. Fällt mir gerade auf, hoch. So, dann schauen wir mal. Nein, du sollst hier auf den Baumstamm hauen. Hau auf den Baumstamm. Sehr schön. So. Und jetzt am Baum stehen bleiben. Und darauf warten, dass er hier zuschlägt. Und dann drüber springen einfach. Und dann verschwinden. Wunderbar. Wir haben ihn besiegt, den Ogre. Sehr schön. Yay. Und dann auf den Baumstamm. Der Baumstamm. Wunderbar. Und dann hat er den Baumstamm. Wunderbar. Der Baumstamm. Zwei Jahre alt. Die Prinzessin wunderte. Was hat mit ihr am Anfang? Dann hat er. Er. Da. Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know, I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny, in that movie. This is the middle ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't, I, I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Okay. Müssen wir also jetzt ein Regenschirm aufnehmen, um dort weiter zu kommen. Oh, da geht's. So, die Prinzessin bravly threw herself into the air, slowing her fall, using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down, into the cave, deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. Oh, 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 oh. Da waren, iiii, Spinnen. Ich mag keine Spinnen, bin ich ganz ehrlich. Oh nein. Ah, Mist. Wir sind da an die Spitzen gekommen. Wait, that's not what happened. Genau. That's what happened. Sehr schön. Also, wir dürfen nirgendwo an die Spitzen kommen, nicht mal am Rand. Sie floated deeper into the cavern she floated. Sie thought, sie could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Ah, ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Nein, iiii. Nein. Und jetzt? Okay, wir können nichts tun. Ich kann nicht. Ah, okay, doch. Hihihi. Wah. Wah. Da kommt ein Riesenstein. Oh, nee, oder? Das glaub ich jetzt nicht. Hihihi. Okay. Was muss man denn da tun? Sieht einfacher aus, als es ist jetzt gerade. Ah, okay. Sehr schön. Oh. Oh. Iiii, gewick, 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 gew No, 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 no. Und jetzt? Yeah. Nice. Wir haben die Spinne erledigt. Sehr schön. Arme Spinne. Spiders' girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop, singing a brave song, very quietly. After a few days, the princess got to wondering, why our dad kept trying to give her away? That too. But she was worried about Fred. So she went off to find him. Diddy is so cool. Mit den Sprüchen. Muss man ja mal lassen. So, jetzt geht's um einen Drachen. Schauen wir mal. Spannend geht's weiter hier bei Kontrast. Der Wind war kalt und der Wind fuhrte an ihr, um zurückzuhren zu gehen. Es gab Rockslider und feierliche Schäden. Aber sie war sehr brav und nimble. Das ist nicht was passiert. Sie wird nicht von ein paar schrecklichen Gefahren getrunken. Ich habe ganz vergessen, dass er jetzt schon kommt. Huh. Ich liebe Muffins. Ich liebe Muffins. Ich liebe Muffins. Fred hat Muffins. Wow. Okay. Okay. Okay, da können wir nicht drauf springen. Aber hier. Ja, das war auch... Das war auch sehr, sehr wichtig, dass wir da drauf springen. Das sieht aus wie eine Kralle. Oh, okay. Wenn die Prinzessin zu der Leere des Drachen kam, war sie nicht sehr überrascht, dass Fred von dem Rücken des Drachen verhängt. Also hat sie den Drachen verhängt, bis er seine feierige Brot an sie verhängt hat. Oh. Der arme Fred. Der muss ganz schön Hitze aushalten. Oh. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so, the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again. And they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures. But that's for another day. Yay! Yay, Don, you did it! Yes. Wir haben, ja, die zweite Attraktion repariert. Hier dieses, äh, Schattenspielchen. Und, äh, ich würde sagen, in einer weiteren Folge reparieren wir die letzte Attraktion hier auf dem Rummel. Und dann schaltet ihr auch wieder ein bei Kontrast. Also, macht's gut. Tschüss. och jopes. Tschüss. jäf X jäf jäf Vielen Dank.